Ja, ich muss jetzt schon lachen, weil wenn ich den Namen jetzt rückwärts gleich spreche, da schreie ich nämlich. Manchmal, das mache ich auch schon mal im Fernsehen oder so, dann bin ich ganz schön laut. Dann klappt es irgendwie am besten. Und wenn ich dann den Namen so das erste Mal lese wie diesen gerade oder das zweite Mal, dann muss ich mir den ja einverprägen und dann schreie ich das schon mal so vor mich hin. Natürlich im Auto, in meinem privaten Studio hier. Da, wo ich am meisten Drehs mache, die dann auch meistens sehr authentisch sind. Hier ist halt Privatsphäre und es ist gerade am Regnen. Ja gut, ich mache dann jetzt mal den Sven Peletzky. Der wartet auch bestimmt schon ganz sehnsüchtig darauf. Sven Peletzky, rückwärts, out of the brain. Yeah, rock'n'roll. Ich zelib Nefs. Das war's, Nefs. Kurz und schmerzlos. So, Sven Peletzky. Cool. Vielen Dank.